Hey Leute, willkommen in Mardin. Wir befinden uns in den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs und es wird scharf geschossen. Also, Arsch runter. Ah, verdammt, das war zu langsam. Also, Arsch runter und Kopf runter. Dann hat man eventuell eine Chance, ein bisschen weiter zu kommen als ich gerade. Oha, okay. Ich bin zu hoch, zu hoch. Das sieht mich sofort. Ja, da liegt er. Rüber auf die andere Seite. Irgendwo brauche ich einen guten Posten zum rauszucken. Aber irgendwie sind auch erst ganz wenig Leute da. So. Höh, hinterm, 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 das geht doch gar kein Pfeißer. So, irgendwo sehe ich was, höre ich was. Da ist er. Oh, hier müssen wir angreifen. Das ist schlecht. Da ist er. Ah, fuck. Weg da, weg da, weg da. Wenn er weiß, wo ich bin, ist es schon zu spät. So, fertig aufladen. Ah, mehr als abgeschüß. Fuck. Ah. Komm ich noch raus? Nein, ich komm nicht raus. Fuck. Jetzt schön langsam von einem Graben zum nächsten. Okay, wir müssen auf alle Fälle wieder fahren. So, ein bisschen aufladen. Unten rechts seht ihr, wie viel Sprint ich noch habe. Und weiter, 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 weiter. Aber ich bin nicht so weit vorne und die anderen Seite, als ich weiter hinten. Geh weg! Nein, verdammte Scheiße, dieser Scheiß Stacheldraht! Wack, dabei war ich so schön vorne! So ein Mist aber! Wack! Was ist mit dir los? Du gehörst ja zu mir, du Vollidiot! Jetzt wäre es ein Beschuss! Nicht aufstehen! Oh ja ja! Sehe ich was? Wäre ich was? Ne! Ich renne ganz auf die andere Seite rüber. Wack! 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 Wir sind schon... Ich hab den Idioten nicht getroffen Oh, weg da Hey Ach, verdammt Da denkt man, dann ist man sicher, weil der andere noch blöd rumsteht und dann, bam, Kopfschuss Da ist er Den einen habe ich, bleiben nur noch tausend Und ihr seht, das Gebiet schaut richtig, richtig geil zerstört aus Also Richtig, richtig geil Ach, ich wollt grad sagen, der kann nur da hinten irgendwo liegen Der drängt den Feind zurück Jawohl, zurück Da los, Angriff, die haben es nicht geschafft Da los, rauf, rauf, rauf So, kurz Pause Da hinten steht er Da liegt er eigentlich Ja, schau dir das an Aber das ist halt der große Vorteil, wenn man einen Zoom hat Und der große Nachteil von mir, dass ich keinen hab Und runter da in den Schützengraben Dann kann ich da durchkrallen, oder? Ja Go, 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 go Gas geben So, wo sind die Gegner? Aber schnell und gut Ah, fuck, Mercer Ah, fuck, Mercer Fuck, Mercer Fuck, Mercer Aber es ist wirklich anstrengend, bis man mal irgendwo in so einem Schützengraben schön drin sitzt Sind auch schon die ganzen Gegner überall Und liegen schon auf der Lauer So Oh, ich höre das geschossen Nein Daneben, wie gibt's denn sowas? Fuck Aber es ist, wenn man erobern muss, oder verteidigen, wenn man übers freie Feld läuft, ist man zu 90% tot Das ist unglaublich Aber es macht einfach den Reis des Spiels aus Einfach da Überhaupt zu versuchen, da hinzukommen Da fehlt noch einer Fehlt noch mal einer So 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 Aber da vorne liegt er irgendwo, da ist er schon vorher gelegen So 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 ное So Und jetzt ist es nur gut verteidigen. Oh, ich höre sie ja. Alleine die Flanke verteidigen, das wird jetzt lustig. Das sind die Deserteure. Irgendwo wird scharf geschossen. Das geht weiter. Nachladen und raus mit uns, würde ich behaupten. Das nächste Loch. Oh, da ist ein Graben, da ist ein Graben, sehr schön. Ich gehe ganz nach außen. Ich bin schon fast da. Ich habe keine Energie mehr zum Rennen. Und der Typ steht da oben. Fuck. Dabei wäre das jetzt so schön gewesen. Fuck. Ich bin da ganz allein. Nein, dann hätte ich gerne. Ich gebe Gas. So. Raus da, raus da, raus da. So. Leider bin ich allein. Da bringt mir das Markieren leider nicht sehr viel. So. Runterlaufen. Alle Fälle runterlaufen. Keine Handgranaten. Okay. Jetzt muss ich warten, bis wir die Möhrs etwas Deckung geben und dann kann ich versuchen rauszuspringen. Und zu schauen vielleicht. Den Graben. Zu holen. Jawohl. So, wenn es da ein bisschen Giftgas. Oh, wo ist der Darth Vader? So, Jungs. Ich bin da. Aber allein oder wie? Aber allein oder wie? Wunder. 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 Löw Hermann. Haben Sie sich der Mittahrer? So, da war er, da war er die Ratte, so, und schauen wir mal, ich werde exekutiert, ich bin ganz allein da, da ist er, jetzt habe ich einen Haufen Leute gekillt, macht nichts, ich habe einen Haufen Leute umgebracht, habe einmal dem Team geholfen, habe selber dran glauben müssen, macht gar nichts, macht nichts, ist okay, so, und wieder da beim Verteidigen, und schauen wir mal, ob der Mörser etwas macht, da ist es wirklich gut, wenn man irgendwie hinter die Gegner kommen könnte, aber, ihr seht, das lässt die Map eigentlich schon gar nicht zu, und dann ist man sofort ein Deserteur, war der schon tot, oder? und nach Land, und weg da, auch weh, auch weh, das war ein richtig schöner Treffer, fuck, okay, jetzt können wir wieder angreifen, sehr schön, und dann ist er raus, geht schon, so, ganz von außen, aufladen lassen, und wieder runter, ne, irgendwo schießen wollen, Junge, ich habe ja gehört, da vorne ist wo, da ist er, da ist er, und da her, ne, gleich gibt es einen Mörser, das sind die Mörser, die Mörser, die Mörser, die Mörser, die Mörser, und in den Limiter, Oh, ist ja knapp da. So. Ich bin da, hallo. Mal hören. Jungs, ist... Alles klar, sie kommen. Habe ihn, habe ihn, habe ihn. Habe ihn, habe ihn, habe ihn. So, jetzt gingen der Mörser irgendwo hin. Aber das passt so einigermaßen, dass ich wenigstens die Leute ein bisschen in Schach halten kann. Dass da nicht all zu viel daneben geht. Sichtweite 0. Halb scheiße. Ist er da? Ich glaube das ist... Der ist da. Na los, zeig dich. Ich geh in. 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 Dann stecke nicht an. Schraube. Ich geh in. Ich geh in. Schraube. Ich geh in. Schraube. Der ist da nicht. Ich wollte mich gerade irgendwo runterstellen. Ich wollte mich gerade denken, ach, ich sollte mal in den Bunker schauen und was passiert. Junge, du schießt um, rechts ist einer. Ach, das ist zu weit, das ist jetzt definitiv zu weit. Der ist doch schon tot gestorben. Gewonnen, jawohl. Sehr schön.